Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Wir befinden uns gerade in der U-Bahn, mitten in einem Auftrag. Und müssen mal Lucky Lucky hier machen. Okay, hier geht's runter. Ich glaube sogar, dass wir in die Richtung müssen. Na, komm. Oder so. Ey, verletzt ist das ja wohl die Frage. La, 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 la. Guten Tag. Okay, Willkommen ist die Roboter hier? Die hab ich. Okay, 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 okay. Ab von da hinten wahrscheinlich, ne? Tatsache. Okay. Dann verbinden wir mal hier kurz. Eins Shiny. Sieht aber nicht so gut aus. Echo. Dann haben wir halt mal wieder ein Echo. Und wir hätten auch ein Bravo. Dann würde ich sagen, machen wir das sogar, ne? Pep, Pep. Bravo. Charlie. Wir kommen nicht auf das andere. Kommen wir auf eine 55? Ja. Kommen wir auf ein F. Gut. Dann kommen wir so. Ähm. Da liegt noch was. Betriebsauf. Okay, wir wollten noch mit dem einen Typen quackeln. Meiner Meinung nach. Wow. Mit dem, der geschlagen wurde. Der abgehauen ist? Warte mal, warte mal, warte mal. Der ist abgehauen? Nee. Die Ratte hat sich verpisst. Da wollten wir eigentlich noch mit labern. Shit. Okay. Ja, dann. Ab nach unten. Wo war denn das jetzt? Hier? Ja. Den müssten wir ja hier getötet haben, ne? Über die Kamera. Neue Zugangsdaten erhalten. Aha. Ehrlich? Ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. 7 A. 1 C. 1 C. Äh. Äh. Nö. Nö. Das ist auch wieder so doof, ne? Ich müsste 7 A. Doch. Geht. Hätten wir dich. Oder wir gehen nach hier. Nimm das. In Kauf. So. Was jetzt? Reach Protocol erweitert. Perfekt. Sehr schön. Stimmt. Das müssen wir uns auch mal öfters einhäggeln. Er sagt aber nach oben. Das oben. Ah, da muss ganz oben was noch sein, ne? So. Netzwerk. Okay. 16 Kameras sind da mit verbunden. Oh, hey, der Bimba. Was ist denn jetzt? Ich glaube, das war unser Auftrag, ne? Jetzt verlasse die Station. Okay. Sollte ja nicht so schwer sein. Wir müssen ja nur nach oben. Hm. Hm, 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 hm. Hm. So. Fuck, wie? Ich meine, huh. Das hat mir fast in die Hose gerutscht. Was? Warum? Gut, dass das erledigt ist. Echte Profi-Arbeit, Kleine. Ich hab die Daten. Wir sind quitt. Haken drunter. So. Wieso sind wir quitt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Und wir jetzt quitt sein sollen. Oh, da könnte man noch ein Auto kaufen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Na ja, gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie das, wo das, wo dieses Auto gab. Wo es dieses Auto gab. Deswegen. Ich hab jetzt eigentlich nicht. Okay, wir fahren mal hier ran. Und von da kommen wir. Ja. Sollte passen. Und gucken einfach mal, was es da gibt. So. Ich will dich haben. Du stehst da hinten. Och, Mann. Hallo. Du stehst halt nur ein bisschen bescheidender. Warum auch immer. Das ist der, den ich haben will. Ja, 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 ja. Denn damit können wir mit Sicherheit richtig wegrumsen andere Autos. Da bin ich mir absolut sicher. Hallo? Chat, Nachricht. Ja, 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 ja. Es gibt da einen Kerl, der weg muss. Hat mal als Sögner gearbeitet, also fort. Aber die Eddys sind's wert. Okay. Du findest du ein Mann. Ich bin gespannt, was du machst. Äh. Ich auch? Bitte? Dann. Dann. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Warum bist du noch am Leben? Das verstehe ich. Das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden, warum er noch am Leben ist. Und? Achso, da unten. Es ist unten einer gestorben. Oh. Oh. Ja, wie kommen wir da jetzt rein? Ich glaub, die lassen... Nee, oder? Kann das sein, dass ich die Wachen getötet habe, die mich hätten in den Laden gelassen? Uh. Kommen wir da irgendwie anders rein? Oder hab ich die Quest jetzt verbuggt? Eventuell kommen wir ja noch von hier rein. Ich glaub, wir haben grad Mist gebaut. Und zwar so richtig. Wir kommen da nicht mehr rein, ne? Ich glaub, die Quest ist jetzt... Ja. Ne. Okay, gehen wir mal runter. Was ist denn jetzt los? Hm. Wir sind da nur zwei Meter gefallen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Aufladen. Sprung eins. Na, ach, Mann. Oh, was ist denn jetzt hier los? Wollen wir was da? Hm. Wir sollten nicht einfach Leute gehen. Betritt das Seven. Ja, würde ich ja gerne. Aber leider sind die Dings tot. Und ich will jetzt grad irgendwie hier wieder rauskommen. Da rüber. Auf die Autobahn. Na, toll. Eigentlich müssten wir doch hier oben drauf lang rennen können, oder? Na gut, nicht so richtig, aber... Es geht. Es geht. Warte mal. Guck mal. Wir können doch hier lang laufen. Na gut, da kommen wir auch nur bis hier. Dann gibt es wieder Fallschaden. Ne, diesmal nicht. Okay. Ja, wie kommen wir sonst in den Laden rein, wenn wir jetzt die Türsteher umgenietet haben? Müssen wir nochmal weg? Oder müssen wir laden? Das kann natürlich sein, dass wir nochmal laden müssen, weil wir einfach nicht reinkommen. Oder wir kommen über eine andere Posi rein. Das kann natürlich auch sein. Wo ist denn hier? Da ist der Knopf. Okay, wir kommen auch über einen anderen Weg rein. Sehr schön. Verlinken. Dich. Also ein E9 haben wir jetzt hier gerade nicht direkt parat, aber wir können FF machen. FF 1... FF 1 Schadi. Haben wir dann ein E9? Ein Schadi haben wir... Nein. Da hätten wir dann E9. Von da aus könnten wir dann versuchen, weiterzumachen. Das müsste sogar gehen. Also, wir gehen mal davon aus. Wir machen jetzt dich. 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 So. Tut mir leid. Hab nix gemacht. 12 Erfahrungspunkte. Das ist ja... Ist ja wirklich gar nix. Ähm. Können wir dich hier irgendwo... Ne, ne? Dann versuchen wir dich mal hier hinterzuschmeißen. Eventuell. Hmm. Das ist aber eine komische Position. Da liegt was. Was haben wir da? Ein Neon-Typhoon. Er erreicht Amerika. Alles über... US-Cracks und ihre neuen... Was? Schockierenden... Sign... Signale. Hallo. Was soll ich nochmal hier machen? Gehe in den Club. Gehe im Club kämpfen aus dem Weg. Ist optional. Okay. F. 7 A. 55. 1 Charlie. Dann 7 A. 1 Charlie. Ah! Hätten wir den mitzumissen. Selbst dann wäre es nicht geklappt. Egal. Ähm. Ich fahre es nicht. Ich fahre es nicht. Hm. Okay. 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 Kamera. Oh. Heilige Scheiße. Hörst du das? Hörst du, was die da spielen? Ja. Geschmäcker sind verschieden. Das sagen nur Leute mit schlechtem Geschmack. Weiß ja nicht, warum er es verdient hat, abzutreten. Aber sein Musikgeschmack reicht mir schon als Grund. Hm. Hallo. Hallöle. Okay. Ihr seid nur am Saufen. Wie, der Wagen ist unterwegs. Okay. Wir haben den richtigen schon erwischt. Okay. Wir müssen jetzt nur... Oh. Hä? Was sind wir denn hier? Keller? Uh. Uh. Messer. Okay. Nehmen wir alles mit. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Aber wie kommen wir da ran? Ha. Ah. Dann schauen wir doch mal. Hat das mit dem Hacken... Nimmt einen klein wenig Überhand. Kann das sein? So ganz... Minimalistisch. Aha. Uh. Wir haben alles. Das gab auch Erfahrung. Was haben wir hier noch? Nachrichten. Wichtig. Neuer Eigentümer. Okay. Rechnung. Mhm. Barkeeper. So. Für mich ist jetzt eigentlich interessant. Hier waren doch irgendwo... Gute Hose, Mann. Habt ihr gleich gesagt, das Afterlife wäre besser. Aha. Ey. 19er... Jetzt überleg mal. Eine 19er Technik. Wie soll ich eine... Oh. Halleluja. Also, ich bin froh, wenn ich 18 habe. Was soll das? Hm? Keine Ahnung, was hier los ist. Also, wirklich. Ich hab keine Ahnung. Also, irgendwie fallen hier die Leute... Die ganze Zeit um. Und ich verstehe es nicht. Kommen wir hier irgendwie auf die Bühne? Tötötöt. Ich hab ein Schalli. Kriegt doch gar keiner mit. Also, wirklich. Dann Schalldämpfer. Siehst du? Entspannt. Ja und... Nein. Nein. Nicht mehr. Aber ist auch eine geile Technik, ne? Wenn die Dinger wirklich... Nur dann angehen, wenn man da reinguckt. Äh... Wer gibt Lizziwizzis vor zu sein? Wir sind... Wer wir vorgeben zu sein? Aha. Jetzt haben wir hier... Hinweis. Ah, guck mal. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Na, was haben wir denn hier? Schon wieder eine Konsole. So, dann haben wir dich. Könnten wir versuchen... ... ... Das noch mit abzugreifen. So. Guten Tag. Aber hier liegt doch immer noch... Ne, der liegt oben. Na ja. Hier waren wir jetzt, glaube ich, auch schon. Glaube ich. Ich glaube, von hier... Ah, okay. Hier wäre der Eingang gewesen. Was ich mich natürlich jetzt wiederum frage... Oh. Warte ich nicht, warum du. Habe ich keine Ahnung. Oh. Schwarzmarkt-Batterie. Archiviertes Gespräch. Okay. Kommen wir hier in die Kameras? Oh. Oh. Hm. Das hätten wir wirklich von hier oben zumindest in der Hinsicht machen können. Okay. Hier oben sehe ich jetzt auch keinen mehr. Ich glaube, wir haben hier... Ausschalten. Einschalten. Ausschalten. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier richtig ist. Ähm. Nachrichten. Lassen wir mal Nachrichten sein und gehen... Hallo, du da. Was ist denn da oben los? Warum hockst du hier? Äh. Hä? Hä? Lass mich mal durch, bitte. Danke. Ich muss nach oben. Wo ging es denn? Hier nochmal nach oben. Alles gut. Hm. Hm. Da ist doch noch einer. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm? Nope. Nope. Dann hacken wir erst mal. Hä? Da. Könnte sein, dass wir mit dem reden müssen? Kann das sein? Ich weiß nicht, warum ich das jetzt als erstes gemacht habe. Aber ich habe ich... Nein! Zu schnell getippt. Na gut, passiert. Wieder Job, neue Zeug, Auftrag. Okay? Hä? Also, der guckt mich nicht mehr an. Ach da, Kameras. Ähm. Und jetzt? Was mit dem war... Warum konnte ich den nicht, ähm, hacken? Die UDC. Haben wir auch schon mal gehabt. So. Aber hier draußen liegen doch noch Leichen. Die würde ich gerne... abgreifen. Haben wir hier? Schön. Können wir doch... Hm. Ich habe eindeutig auf verlinken gedrückt und nicht auf kaufen. Gumm, gumm, gumm. Nee. Hm. Oh. Da habe ich gerade nicht gut nachgedacht. Da, 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 da. Was hier? Hallöchen. Boah. Da lag doch auch noch einer, sage ich ja. So. Hallo. Okay. Sieht für mich jetzt erst mal... ...gut aus. So, trage die Fleische. Das ist, glaube ich, die hier. Ah, aus dem Club. Danke dir. Der Barkeeper, dem interessiert es auch nicht mehr. Aber ich würde mal gerne mit dem Barkeeper nochmal reden. Der hatte doch da was. Äh, was steht so auf der Karte? Ich will mit dem Chef sprechen. Nö, nö, nö. Würde ich doch nicht. Ich dachte, da wäre noch was Schökes, was man so mit dem Bereden hätte können. Aber, okay. Guten Tag. Na toll, jetzt auch... Hättest du nicht da parken können? Also, so mit einer Leiche, so offen durch die Gegend rennt, ist... Hm. Oder mit einem Bewusstlosen. Ist, finde ich, so ein bisschen... Hm. Jawollah. Eddies. Wo sind sie? Och, ich muss meine Belohnung schon wieder abholen. So. Geht mir mal aus dem Weg hier. Ich muss meine Belohnung abholen. Das war jetzt schon wieder viel Musiksender an. Irgendwie ändert der sie hochständig, wa? Ich war's nicht. 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 Mein Auto brennt? Ich hoffe, die Polizei verfolgt mich jetzt nicht. Wäre nämlich gemein. Ich hab gar nichts getan. Bin unschuldig. Ein ganz unschuldiger Passant. Warum brennt mein Auto nach zwei, drei Schüssen? Was soll das? Lalalala. Warte mal. Wir können doch... Konnten wir nicht unsere... Auch dich können wir nicht mehr. Nicht genügend Komponenten. Ah, uns fehlen jetzt unsere Lechi-Kompos. Aber das ist doch gut zu wissen. So, und ich grünen wir erst mal ab. So. Dann haben wir nämlich auch unsere blauen, die uns fehlen. Einfach mal. Blau und Lechi fehlt. Das ist doch okay. So, haben wir hier einen Laden in der Nähe? Nee, aber wir könnten hier noch ein Auto kaufen für 19.000... Ah, doch. Hier ein Kleiderladen. Da ein Waffenladen. Also, hier könnte noch was sein. Ich verstehe nicht, warum mein Auto brennt. Ich war es doch gar nicht... Oh, Gott sei Dank. So, wir laufen jetzt mal drei Meter. Hol deine Belohnung ab. Ich will es gar nicht... Hey, wie? Ja? Ich will nicht noch mehr Autos. Wie viele Autos sollen denn noch kommen? Ui. Wie weit ist denn das noch? 100 Meter? Ja, gut. Und da war ja auch noch ein Auto, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja. Was war das denn? Hallo, ihr da. Ich war das nicht. Ich bin der unschuldige Mensch. Ich bin ein ganz unschuldiger Passant. So, die Weißen verkaufen wir erst mal. Das wird dann erst, wenn wir es umwandeln können, sehr interessant, die Komponenten. Ach doch, wir können Dings verkaufen. Wir haben doch bestimmt wieder hier massig an Alkohol. War doch gerade in einem Club. Auch wenn das nun minimalistisch, aber ich sag mal so, das rentiert sich auf die Masse schon in einem gewissen Rahmen. Würde ich jetzt einfach mal trickt eiskalt behaupten. So, dich auch noch weg. Du auf alle Fälle weg. Bist du Bier? Ne. Können wir theoretisch... Also die Flash würde ich behalten, weil ich brauche einfach nur ein paar Flash-Sachen. Aber hier, wie es stimmt, Junk können wir verkaufen. Uh, Junk bringt richtig knatteratter. Perfekt. Haben wir hier Doppelte? Nope. Schade. Hättet ja sein können. Klamotten haben wir noch ein bisschen was hier. Schlichter. Natürlich auch schlechter. Die Brille ist... ...sogar besser. 47, du bist bei 46. Dann haben wir die zerlegen, war dann natürlich so... Die Brille ist sogar besser. Aber dann wirst du zerlegt. ...neu. Neu. Zerlegen wir auch. Tadensminderung und... ...Krid-Krid-XP. Brauchen wir nicht, wir sind auf dem Max. Die Schadensminderung... ...ah... ...haben wir bei 6%. Okay. Kann das auch weg. So, Waffen... ...können wir... ...zerlegen. Warte mal, ein neues Sniper. Da müssen wir nämlich jetzt gucken, weil... ...wir können ja unsinnig mehr aufwerten. Aus irgendeinem Grund geht die Waffe nicht aufzuwerten. Das kann nur ein Bug sein. Aber sie ist immer noch besser. Okay. Aber das kann doch nur irgendein... ...dummer Bug sein, dass die nicht aufzuwerten mehr geht. Oder? Achso. Und dann können wir gleich noch das Auto kaufen. Wir kriegen mal 16.000. Wir kriegen das, was wir gleich fürs Auto ausgeben. Da. Ich habe mich jetzt... Ich weiß, wir sind jetzt einmal außenrum. Wieso das denn? Na, fast. Okay. 3.000 Minus machen wir, aber... ...haben wir auch dieses Auto. Miau. So, okay. Äh, was? Willkommen in der Oberliga, wie du zählst zu meinen besten Söldnern. Also kriegst du auch die besten Aufträge von meinen besten Klienten. Uh. Haben wir jetzt neue Aufträge freigeschaltet? Aha. Ja, ist okay. Oh, guck mal. Meiner. Äh. Äh. Nein, wir machen jetzt an der Stelle... Uah, raus. Wir machen an der Stelle jetzt hier Feierabend für heute. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Daher danke ich fürs Zusehen und sage... Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü